Hallo und Willkommen zurück zu Far Cry Was zur Hölle? Drei? Das ist ein Raubfoul? Okay Oder wie auch immer das nochmal hieß Wer nicht rettet, kann nicht gewinnen! Ich kann nicht! Du bist nicht, Mann! Du bist nicht! So Oh, das ist so genial, dass man so weit springen kann. Ja, und zwar eine ziemlich erfolgreiche Mission 300-Pump. So. 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 Wer inoffiziell wettet, wird an die Tiger verfüttert! Nein, 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 nein. Perfekt. Ich bin aber hoch. Na, hör. Zu viel, das ist gar nicht. Okay, jetzt sollte ich aber doch eher chillen, weil das war jetzt doch schon sehr viele Munition, die da weggegangen ist. Sollte ich jetzt lieber ein bisschen selbst umbringen, wenn das nicht hier einfach weggechillt. Also, ich bin auch noch nicht. Oder ich bin immer noch. Der Abная, in der Nähe von Flüttembergern und die Wette macht noch nie. Ich bin immer noch nie. Wer sieht gar nicht. Wer oder nicht, ich bin immer noch in der Nähe von Flüttembergern und die Strübberverlust. Kein Jahr! Das ist ein guter Mann. Ja, das hat er was Geld gesetzt hat. Kassiert, Feuerweh. Geh es jetzt nicht ins Geheim. Ach. Pff. 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 Wenn ihr Spaß habt, wettet ihr nicht genug! Zeigt mir euer Geld! Nur noch eine Frage der Zeit! Scheiße! Ist der mich gar verarscht? Und damit endet eine weitere Runde! Das war jetzt ziemlich cool! Weil das gar nicht so direkt geplant war! Oh! Gut! Das ist einfach ziemlich Potenzial sehen kann! Immer sterben bevor es zu tun! Soll es ein Preis zu machen? Soll die Runde gestalten! Ich bspw! Soll die Runde nicht! Soll das! Soll ich rein? Soll die Runden statt сотрудieren? Das ist gut. Soll die Runden? Soll die Runde nicht angreifen? Oh, die Runde kommt in die entscheidende Phase. Ah, fuck, Alter. Ah, nein. Hilfe, nein. Ah, okay, gut. Ah, okay. Ah, PG7. Ja, das ist, denke ich mal, spaßig. Definitiv nicht die beste Nahkampfwaffe, aber am Ende definitiv sehr effektiv. Das will uns ergießen beginnen. Soft ihr mir geht. Wollt ihr eure Freunde beeinflussen? Ja. 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 Auch jetzt sieht das Kino auch aus. Barschen. Der Baum ist schnell und kann sich nicht ewig verstecken. Ja, das ist nicht die allerweise, wie ich ihn umbringen wollte, aber gut. Das sind ja 10 Punkte gewesen, das ist heute nett, weil der eigentlich mehr hat. Die Messen sind nicht erlaubt! Wer ihn offiziell wettet, wird an die Tiger verfüttert! Und an meine Ex-Frau! Was? Das Match könnte jeden Moment vorbei sein! Oh, ich mach mir schon ins Hünschen! Haha! Das ist doch was wir sehen! Er will so hoch springen, hat den Ampil einfach runtergezogen, ja. Ach, das sah nicht schlecht aus. Wunderbar, jetzt ist es nur für fette Sekunden, keine Ausnahmen! Zwingt uns nicht, abgreiflich zu werden! Was ist das? Okay, noch irgendwer auf den ich... Kann richtig hoch springen eigentlich sogar. So ein bisschen Höhenunterschied, kann man jeden auf den Kopf springen. Der Weg zum Getötchen! Der Weg zum Getötchen! Der Weg zum Getötchen! Die Kälte mit viel Spannung aber auf Geld gesetzt hat! Platziert euer Weg! Der Weg zum Getötchen! Oh, was ist das? Okay, so, eine Runde heilen, und darauf warten, dass die Gegner sich alle gegenseitig umbringen, unter Umständen, oh, das ist ein Heavy, das werden wir nicht mehr klären. So. Ein Schuss, ein Kill, so macht man das. So läuft das. Ich glaube nicht, dass wir noch einen in den Part bekommen, oder? Ja, egal. Egal, dann wird der Zerbreckel länger. Was zur Hölle? Was ist das denn für eine Pistole? Das ist das nächste blutige Massaker! Hol die Leute! Lass das bloß, das geht fließig! Was ist das für? Hört ihr? Ja, ja. Wann ihr, dass meine Treppe fließt? Das ist nicht so, dass ich davon bin. Was ist das? Das war jetzt nicht die A4-Tector, die ich machen wollte, aber egal. Es hatte ja funktioniert, weil er sich einfach umgedreht hat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, fuck! Oh, oh, oh! Und weiter geht es im nächsten Part. Ciao! Oh, 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 oh!